Die unzähligen Höhenmeter der Eifel waren lange Zeit der Schrecken vieler Radfahrer. Durch die E-Bikes hat der Begriff Höhenmeter diese Herausforderung verloren. Das könnte der Grund sein, den die Autoren Rainer Narendorf und Heinz-Günter Bossmann zum Anlass nahmen, mit ihrem Buch Die schönsten Radtouren der Eifel eine Liebeserklärung zu unserem Mittelgebirge zu verfassen. Eine clevere Lösung der Autoren ist es, QR-Codes für weitere umfangreiche Informationen ins Buch aufzunehmen. Insgesamt 49 QR-Codes befinden sich neben vielen Fotos in diesem Tourenbuch. In diesem Video wird die Tour 5 auf der Fennbahntrasse von Weimels nach Monschau vorgestellt. Unser Start ist in Mützenich. Eine große Auswahl an landschaftlich schönen Radtouren mit Klassifizierung der Tour, Angaben der Tageskilometer, Alternativstrecken und zu jeder Tour eine kleine Fotogalerie sind hier zusammengefasst. Die Streckenvielfalt führt quer durch die Eifel bis zum MMR, dem Mare-Moselweg. Zahlreiche Freizeitmöglichkeiten befinden sich unmittelbar an oder neben den Strecken. Typisch für die Eifel erwarten Sie auf den Touren Burgen, Vulkane, Flüsse, Stauseen. Aber wer rechnet hier mit Klein-Venedig, Andenkamele, Wasserbüffel und Orchideen? Finden Sie heraus, welche Touren zu diesen außergewöhnlichen Begegnungsmöglichkeiten führen. Die Produktion des aktuellen Buchtipps und Videoclips zur Tour 3 ist leider aus aktuellem Anlass nicht möglich und wird Ende April 2020 nachgeholt. Allerdings bietet diese Zeit jetzt auch die notwendige Ruhe und Ruße zur Planung aus die schönsten Touren der Eifel.